Grüß Gott, liebe Hildegard-Freunde, hier ist Helmut Posch vom Bund der Freunde Hildegards. Und in dieser Folge gibt es ein Update, was den Petersilienwein betrifft, denn da ist bei Hildegard zu lesen, wer im Herzen oder in der Milz oder in der Seite leidet, der trinke oft vom Petersilienwein. Das Herz ist die Zentrale für unsere Gesundheit und Vitalität. Nach Hildegard steht die Gesundheit des Herzens in engen Zusammenhang mit der Milz, die als vorgeschaltetes Schutz- und Entgiftungszentrum des Herzens fungiert und der Blutbildung sowie der Abwehr von Infektionen und Tumorzellen dient. Der Petersilienwein ist das beste Hildegard-Mittel, um die Gesundheit von Herz und Milz zu stärken und den Herzmuskel zu entsäuern. Naturbelassener Wein, Honig, Weinessig und frische Petersilie, das sind die Zutaten für diesen wundervollen Kräutertrank. In der Petersilie, da finden sich ätherische Öle, Bio-Flavonoide, das Pro-Vitamin A und Vitamin C und die entlastende Wirkung auf den Herzmuskel wird unter anderem durch die entwässernden Eigenschaften der ätherischen Öle herbeigeführt. In der speziellen Rezeptur des Petersilienweins liegen die ätherischen Öle in gelöster Form vor und werden dadurch für den Körper bio-verfügbar gemacht. Die Wein-Honig-Würze übernimmt dabei neben der Löslichkeit eine ganz wichtige Aufgabe als Transportmittel und trägt zur Entsäuerung des gestressten und dauerbelasteten Herzmuskels bei. Dem Traum, ein biblisches Alter zu erreichen und den Zivilisationskrankheiten zu entgehen, sozusagen ihnen ein Schnippchen zu schlagen, können wir durch aktive Herz- und Kreislaufpflege wesentlich näher rücken. Die hildegardischen Lebensregeln über Seele, Leib und Sinne sind dabei ein genauso wesentlicher Bestandteil wie aktive Vitalisierungsmaßnahmen für Herz- und Kreislauf. Ausgewogene Hildegard-Ernährung und regelmäßige Bewegung an der frischen Luft, natürlich, das alles gehört dazu. Der wohlschmeckende Petersilienwein hat sich über mittlerweile Jahrzehnte bewährt und wird gerne kurmäßig angewendet. Dabei wird dann dreimal täglich ein Likörglas getrunken, also so circa 60 Milliliter. Und je nach Bedarf beträgt die Kurdauer dann zwischen zwei Wochen und sogar mehreren Monaten. Ja, zusammengefasst, wofür ist er gut, dieser Petersilienwein? Also er eignet sich einfach ideal zur Vitalisierung des Kreislaufsystems, zur Stärkung unseres Herzmuskels, zur Schlafregulation ist er sehr förderlich, zur Blutdruckregulation und natürlich als Unterstützung der Milzfunktion und bei Stress und Müdigkeit. Da können wir von dieser wohl ausgewogenen Mischung wirklich nur profitieren. Petersilienwein ist auch als Konsumwein einzuordnen. Man macht hier nichts falsch. Er ist sehr wohlschmeckend und kann natürlich auch in einer geselligen Runde getrunken werden. Man muss nicht alleine den Petersilienwein nur ausschließlich genießen. Genauso wenn Besuch kommt oder wenn man zur Oma zum Besuch kommt, dann kann man das einmal mitnehmen und gemeinsam ein, zwei so Gläschen genießen. Ja, ich hoffe in dieser kurzen Folge war wieder was für Sie dabei. Etwas Nützliches für Ihren Herz, für Ihr Kreislaufsystem, für die Stärkung unserer Pumpe. Und so verbleibe ich mit dem Wunsch, dass Sie diesen Kanal abonnieren und vielleicht auch ein Like hier lassen. Ihr Helmut Posch vom Bund der Freunde Hildegards